In neun Programmpunkten hat der Kunstverein Hochfranken-SELB im Rahmen des deutsch-tschechischen Kunstprojektes Kultur statt Nachhaltigkeit, Cultura Mesto Trwani, sehr sehenswerte Ergebnisse in den Städten Selb, Bad Alexandersbad und Kaloviwari hervorgebracht. Sehenswert ist für einen Kunstverein ja nicht gerade nennenswert, hörenswert jedoch schon. Wenn ich von sehenswert spreche, dann meine ich die sieben Ausstellungen, die wir im Laufe dieses Programms veranstalteten. Die Eröffnungsausstellung mit Arbeiten von Leihgaben der Galerie Umiwini in Kaloviwari im Rosenthal-Theater zeigte Bilder von tschechischen Künstlern aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Sie haben wiedergegeben, wie ihre Siedlungen damals aussahen und wie die Menschen darin lebten. Sibylle Hochreiter, die Malerin und Innenarchitektin aus München, zeigte uns mit ihren konstruktiv konkreten Bildern eine enorme Vielfalt an relativ kleinflächigen Formen, die sehr variantenreich waren, sowie die Wirkung von Farben auf ihre unmittelbare Farbnachbarschaft. Aless Nisdiel, der Dozent für Landschaftsgestaltung in Prag, ließ uns den philosophischen Hintergrund seiner konzeptionellen Bilder und Skulpturen in der Galerie Goller optisch nachvollziehen. Die Zeiler als konkreter Nürnberger Künstler schuf für die Galerie Umiwini in Kaloviwari eine auf die gegebene Architektur reagierende, minimalistisch anmutende Installation mit dem Titel Karlsbader Fuge. Die drei Präsentationen der Ergebnisse der Workshops Stahl, Bambus und der Kinder mit dem Titel Wir bauen eine Stadt waren auch sehr sehenswert. Die ästhetisch reizvollen Arbeiten in Bambus gaben wieder, welche enorme Spannbreite in dem Material Bambus liegt und wie man dann bei mit kreativen Kräften äußerst toll, gestalterisch, vielfältig umgehen kann. Und die Kinder zeigten mit ihrer schöpferischen Fantasie, wie sie sich eine Stadt in der Zukunft vorstellen könnten. Hörenswert war die Rede von Sibylle Hochreiter unter dem Titel Über den Tellerrand. Sie spannte einen Bogen vom Bauhaus hin zur aktuellen Stadtgestaltung und das Gesprächsforum im Porzellanikon in Selb, wo fünf Fachleute aus der Bundesrepublik und der Tschechischen Republik ihre Meinungen und ihre Ansichten über die zukunftsfähige Entwicklung einer Stadt und der Einbeziehung der Kultur darstellten. Für sämtliche Programmpunkte können wir zweifellos behaupten, dass wir eine hohe Qualität erzielen konnten. Durch die Auswahl, die wir vorgenommen haben. A. Der Künstler, deren Werke wir ausstellten. B. Jener Künstler, die wir zu Workshops eingeladen hatten. Und auch dieser Leute, die bei Veranstaltungen des Wortes uns ihre Ideen näher brachten. Die Stahlskulpturen sind in einem drei Wochen andauernden Stahlsymposium im Porzellanikon Selb entstanden. Unter der Leitung des Dozenten Helmut Hahn haben drei deutsche und drei tschechische junge Künstlerinnen, die am Anfang ihres Berufslebens stehen, versucht mit diesem harten Material umzugehen und ihm Gestalt zu geben. Die Aufstellung der Arbeiten nehmen wir wieder gezielt zusammenhängend vor, also in einem Park, so ähnlich wie wir das auch 2008 und 2010 mit unseren Granit-Skulpturen machten. Die Skulptur von Susanna Konchelova heißt Element. Ihre organische Arbeit steht im Zusammenhang mit der Natur und mit der Stadt Selb. Die drei Bündel von Metallstäben symbolisieren die Elemente Erde, Wasser und Luft. Das vierte Element, das Feuer, ist automatisch im Stahl enthalten durch den Schmelzprozess beziehungsweise auch durch das Zusammenschmelzen beim Schweißen. Und diese Elemente werden vergleichbar wie beim Stahl auch bei der für selbtypischen Porzellanproduktion eingesetzt. Selber Wundergeschöpft nennt Jakub Prostocil seine Arbeit. Er öffnete sich das Tor zur Abstraktion, befreite sich von jeglichen brauchbaren und schuf Simulationen einfacher Prozesse. Für ihn dreht sich das Leben immer um eine Achse, egal ob sie vertikal oder horizontal angeordnet ist. Dieses ließ er auch in die jetzt geschaffene Skulptur einfließen, die wie eine abstrakte, gewachsene, märchenhafte Blume aussieht. Dass er dieses biologische Geschöpf aus einem Isolator sprießen lässt, gibt dem Verfremdungseffekt noch eine stärkere Note. Magdalena Stanjikova nennt ihre Arbeit Schwarm. Sie widmet sich auch der kalligrafischen Malerei einschließlich des Einsatzes des Computers und arbeitet viel auf Papier. Aber gelegentlich hat sie Lust, auch mit härteren Materialien, wie zum Beispiel dem Stahl, umzugehen. Die von ihr geschaffene Ansammlung von etwas verfremdeten Vögeln rechtfertigt den Titel Schwarm hundertprozentig. Man sieht der Arbeit trotz der Verwendung des Stahls auch eine Leichtigkeit der Vögel in der Luft an. Clemens Hutter schuf Eiswürfel Nummer 17 bis 23. Er versucht, den Material Stahleigenschaften abzugewinnen, die man ihm nicht auf den ersten Blick ansieht. Zum Teil schweißt er Stahlstreifen übereinander und beim Biegen dehnen sich die drüberliegenden und die drunterliegenden Bildenverwerfungen. Hier bei unserer Arbeit hat er die Natur als Gestalter mit einbezogen, allerdings erst in der Zukunft. Wasser wird in die Würfel eindringen und der Frost wird die Würfel im Laufe des Winters irgendwie dehnen. Prinzip heißt die Arbeit von Marc Higmanns. Er hat aus den Stahlplatten Dreiecke geschnitten, unterschiedlich groß, meist rechtwinklig. Die Kombination, in der er sie zusammensetzt, schafft negativ und positiv Räume und dabei gelingt ihm eine spannende Kombination, die Verwerfungen auch zeigt und uns erkennen lässt, dass er doch versucht, ein Chaos zu gestalten. Helmut Hahn nennt seine Skulptur Raum. Er war der Leiter des Workshops und hat selber auch eine Skulptur geschaffen. Diese Skulptur mutet wie ein Haus, wie Architektur an oder man kann sich auch etwas anderes darunter vorstellen. Ich zitiere ihn. Der fragmentarische Charakter, das Spiel mit realen und optischen Gleichgewichten, fordert Interpretation und lässt denkbare Variablen entstehen. Man sieht, was man sieht. Man sieht aber auch, was man weiß. Dieses Zitat ist typisch für alle Kunstbetrachtungen. Der Betrachter sieht nicht nur das, was ihm wirklich gegenübersteht, sondern was er an Erfahrungen in seinem Kopf inzwischen, in seinem Leben angesammelt hat. Die sieben Künstlerinnen und Künstler haben trotz des einheitlichen Themas sehr unterschiedlich das Thema wiedergegeben und sehr unterschiedliche Skulpturen geschaffen. Dadurch entstanden sieben verschiedene Individuen, die nun der Bevölkerung zum Betrachten und zum Bedenken zur Verfügung stehen. und der